Hallo zusammen und willkommen. Haarausfall ist sowohl für Frauen als auch für Männer ein echter Albtraum. Er kann viele Ursachen haben. Zum einen ist die Verdünnung unserer Haare genetisch veranlagt, zum anderen hängt sie aber auch mit dem Hormonhaushalt zusammen. Manchmal sind auch Infektionen oder ernsthafte Krankheiten wie eine Stoppwechselstörung daran schuld, weshalb es immer ratsam ist, einen besonders starken Haarausfall medizinisch abzuklären. Doch es gibt auch zahlreiche andere Gründe wie Nährstoffmangel, ein geschwächtes Immunsystem, sowie eine ungesunde Lebensweise. Gerade wer viel unter Stress leidet, wenig schläft oder sich schlecht ernährt, hat ein erhöhtes Risiko, seine Haarpracht schneller zu verlieren. Für Frauen ist es besonders wichtig zu wissen, dass ein diffuser Haarausfall durch Ovulationshemmer, also zum Beispiel die Pille, ausgelöst werden kann. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Bei der Nährstoffversorgung solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass kein Eiweiß oder Eisenmangel vorhanden ist. Eine schöne und volle Mähne ist ein tolles Aushängeschild, denn es signalisiert Gesundheit, Schönheit, Wohlstand und ein gepflegtes Auftreten. Wir zeigen dir deshalb ein tolles Rezept, das dir bei Haarausfall helfen kann. Spare dir dein Geld und probiere erst einmal dieses natürliche Mittel aus, bevor du dich für überteuerte chemische Produkte aus dem Supermarkt entscheidest. Du kannst diese Mischung übrigens auch vorsichtig mit einem Wattebäuschchen oder einem Wattestab auf deine Wimpern und Augenbrauen auftragen, wenn diese dünner werden. Und so wird's gemacht. Du benötigst lediglich 6 Esslöffel Rizinusöl und 6 Esslöffel Mandelöl. Mische die beiden Zutaten zusammen und massiere das Öl dann direkt mit sanft kreisenden Bewegungen in die Kopfhaut ein. Bedecke deinen Kopf anschließend mit einem Handtuch oder einer Duschhaube und lasse die Mischung mindestens 30 Minuten einwirken. So können sich die Inhaltsstoffe vollständig entfalten. Wasche deine Haare schließlich wie gewohnt mit einem milden Bio-Shampoo und spüle sie gründlich mit ausreichend Wasser aus. Wiederhole diese Haarkur ein bis zweimal die Woche, bis du die ersten Ergebnisse wahrnehmen kannst. Für einen besonders intensiven Effekt lässt du die Haarpackung über Nacht einwirken. Warum aber ist diese Haarölkur ein wahres Wundermittel für volles Haar? Nun, Mandelöl gilt hier als Wunderwaffe für strapazierte Haare. Entscheide dich am besten für kaltgepresstes Mandelöl, da dieses dank der schonenden Herstellungsvariante die meisten Vitamine und Mineralstoffe enthält. Mandelöl versorgt deine Haare mit vielen Nährstoffen. Darin enthalten sind Vitamin A, E, B und D, aber auch Nährstoffe wie Kalium, Magnesium und Calcium. Außerdem ist das Öl reich an ungesättigten Fettsäuren. Gerade Vitamin E kurbelt das Haarwachstum an, während es deiner Kopfhaut gleichzeitig Feuchtigkeit spendet. Auch Rizinusöl macht deine Haare auf natürliche Weise weich und geschmeidig. Das reichhaltige goldene Öl versorgt deine Haare mit Fettsäuren und Vitamin E. So sorgt es dafür, dass sie weniger leicht brechen. Im Vergleich zu anderen Ölen klebt und beschwert Rizinusöl deine Miene nicht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.